Herzlich Willkommen an dieser Breakout Session von Riverbate. Ich darf Ihnen die Präsentatoren vorstellen und das Thema. Riverbate ist ein strategischer Partner von EMC und wo ich das erste Mal mit Riverbate in Berührung gekommen bin, habe ich gelernt, dass es neben der Cloud eben auch noch andere Sachen gibt, die man eben auch zur Cloud hinführt, also eben auch Netzwerk. Ich kann dort Riverbate eben auch in Anlehnung von einer MTV-Show eben dann wirklich sagen kann, pimp my network, irgend sowas statt pimp my ride. Und es ist ein sehr spannendes Thema. Ich bin begeistert eigentlich von diesem Thema, von der Thematik. Wir haben zwei Herren hier. Gerard Bauer, er ist der Regional Director von Alpine. Das klingt sehr nach Wintersport, aber es ist wirklich die Alpenregion, sage ich mal, Österreich, Schweiz. Sie werden nachher später dazu kommen. Und dann Christian Lorenz. Er wird dann eben auch das Thema Riverbate ein bisschen tiefer reingehen von Produkte-Seite her und wird dann abschliessend dann mit einer Fragenrunde, wo Sie dann entsprechend Fragen stellen können an die zwei Herren. Ich gebe das Mikrofon direkt weiter. Dankeschön, Herr Brusio, für die Vorstellung. Grüezi, schön, guten Morgen. Die Überbrückung zum Mittagessen, aber Sie sehen keine Kompromisse in der Performance in die Cloud. Sie haben viel gehört über perfekte Infrastrukturen im Backend, in der Cloud drinnen, aber am Ende geht es ja darum, wie kriege ich meine User, die verstreut in der Schweiz, verstreut global sitzen, in, wie sagt man, in einen Use Case, diese Applikationen, diese Services effektiv zu nutzen. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne mal in den nächsten Minuten näher bringen mit meinem Kollegen, dem Christian Lorenz. Stellen Sie sich einfach mal vor, wenn es möglich wäre, dass ich meine Applikationen, meine Services, meine Backups, meine Archivlösung, meine Replizierung von großen EMC-Storage-Systemen um bis zu 100 Mal schneller abwickeln kann. Es wäre auf einmal möglich, wirklich stärker noch zu konsolidieren, ein globales Rechenzentrum, eine globale SAP-Instanz, eine globale Archiv-Backup-Infrastruktur zu fahren oder eben den nächsten Schritt in der Cloud zu gehen und gewisse Services auszulagern. Optimieren, es geht darum, wie schon erwähnt, Pimp My Network, also sprich, wie hole ich noch mehr aus meinen gegebenen Netzwerkanbindungen, aus meiner gegebenen Infrastruktur über das Waren in die verschiedenen dezentralen Standorte, Produktion, Vertriebs, Außendienstbüros herein. Leverage, wie bin ich in der Lage, mit meinen getätigten Investitionen noch mehr, noch mehr Kosteneinsparungen oder längerfristig noch in einer sehr anspruchsvollen, dynamisch wachsenden IT-Umgebung zu arbeiten. Protect, wie auch Solve, also es geht darum, Daten wie Applikationen zentral bereitzustellen und zu verstehen, was passiert in meiner Infrastruktur und was sind die ganzen Hintergründe. Einfach mal Themenbereiche, die gewisse, wie sagt man, Business Values dahinter stehen haben, beziehungsweise Problemstellungen und wie gehen wir sie an und lassen Sie mich dazu ein paar Beispiele geben. Boeing, ein großer Kunde von Riverbed, hier geht es darum, dass ich wirklich Ingenieure über die ganze Welt verteilt habe, die auf zentralen Projekten arbeiten und sehr große CAD-Cutcom wie auch File-Sharing-Services über die Welt verteilt laufen lassen möchte. Wir setzen Riverbed ein, um eine extrem starke Beschleunigung und Datenreduktion im Waren zu erreichen. Die Schweizer Post, also es geht nicht nur um internationale Netze, sondern durchaus um das Thema, dass ich innerhalb der Schweiz auf Infrastrukturservices laufe, wo ich Applikationen, Dienste aus Bernd, Zollikofen heraus bereitstelle und ich für Postfinance, für Postlogistik diese Daten, diese Informationen mit einer LAN-Performance bereitstelle. Und Sie merken, das sind Unternehmen, die großteils schon stark zentralisiert, konsolidiert sind und der nächste Schritt ist dann nur konsequent zu sagen, welche der Dienste, Messaging, File-Sharing, lagere ich in der Cloud aus, gehe ich in Richtung Amazon, nehme ich so etwas von einer Swisscom oder nehme ich andere Cloud-Serviceanbieter. Leica-Geosysteme, ein anderer Kunde. Also es geht immer wieder in dem Kontext, es möglich zu machen, Dienste dezentral abzubauen, stärker noch zu zentralisieren, ohne den Usern einen Eindruck zu geben, als der Server noch lokal war, haben viele Dinge funktioniert und waren, wie sagt man, akzeptabel, hin zu einem Zustand zu sagen, meine Dienste laufen mit einer Performance, die für meine Hongkong-Mitarbeiter genauso für die Kollegen in Warschau akzeptabel sind, und das überhaupt zu enablen, möglich zu machen. Riverbed ist die IT-Performance-Company. Wir haben, wie sagt man, seit 2006 zur Börsengang ein sehr starkes Wachstum, ein sehr interessantes Wachstum hingelegt, sind aber auch stark fokussiert auf drei Themenbereiche. Das eine ist genau oder im Detail zu verstehen, was in der IT-Infrastruktur zwischen Datacenter und dem einzelnen Client im Hongkong-Büro, der Herr Bauer, der da drinnen sitzt, was da wirklich abgeht, was Bottlenecks darstellt, was Reaktionszeiten, Antwortzeiten von Applikationen sind. Es geht darum, Dinge dann zu optimieren, die über diese Strecken bereitgestellt werden. Wie kommen Daten schneller? Wie kann ich meine Replizierungen, meine Spiegelungen schnell über meine gegebenen Warnstrecken fahren, weil ich effektiv immer das Problem habe, dass die Latenz, das heißt die Physik, die hunderte oder tausende Kilometer an Distanz den Bottleneck darstellen. Und der dritte Bereich ist wirklich ein Enabling, eine Bereitstellung einer Technologie Ihnen zur Hand zu geben, mit EMC zusammen, dass solche Dinge überhaupt erst möglich werden und dass das ganze Thema fliegt, möglich ist und von den Usern entsprechend akzeptiert wird. Hier einfach mal eine Übersicht von Forrester zu Themen in den kommenden zwölf Monaten aus einer Unternehmensbefragung heraus. Was sind die Top-Themen? Was sind die Bereiche, wo sich die IT beschäftigt? Und ich nehme an, einige Themen Ihnen durchaus sehr relevant bekannt. Es geht immer wieder darum, dass gegebenen die globale Operation effizienter, produktiver und einen schnellen ROI, Return of Investment zu realisieren. Und genau das sind die Bereiche, wo wir darauf ansetzen. Also stärker noch in die Thematik Konsolidierung eintreten zu können. Im Bereich Disaster Recovery meine Spiegel, meine Business Continency, Architekturen und Strategie auch auf Wahn, wie sagt man, Architekturen abbilden zu können und nicht nur innerhalb einer Stadt über ein Dark Fiber das zu fahren, sondern durchaus vorstellbar, dass ich das über Kontinente fahre. Mobility, das Thema kommt mehr und mehr PDAs, Laptops, wie sagt man, UMTS-Services, also sprich Vertriebe, Servicepunkte sind viel mehr draußen bei den Kunden. Und ich habe effektiv den Einsatz meiner IT, der nicht nur sich auf einen physikalischen Standort bezieht, sondern User begleitet, die auf Reisen, im Vertrieb unterwegs sind oder im Management international inzwischen Meetings pendeln. Und hier effektiv eine Möglichkeit zu haben, eine Performance, eine starke Beschleunigung, eine starke Optimierung dieser Services zu erreichen. Und dazu gehen wir dann später noch im Detail ein. Vielleicht noch, wer sind wir? International Headquarter San Francisco beziehungsweise Singapur. Die Schweizer, wir sitzen in Zürich, wir arbeiten eben über unsere starken Partner, wie hier eben C und fahren mit Ihnen zusammen auf der Technologie, haben dann aber miteinander im Bereich Consulting, Implementierung, Rollouts, die Möglichkeiten mit unseren Partnern zusammen, solche Projekte bei Ihnen zu stemmen. Heute mehr als 9000 Kunden setzen Riverbed ein, mehr als 100.000 Appliances ist geschippt. In der Schweiz von den größten 10 setzen 8 bereits Riverbed ein im Bereich Weitverkehrsstrecken. Aber das Thema stellt sich natürlich ganz klar auch für Mittelstand, KMU-Bereiche, wo wir Unternehmen wie Negeberit, Fonac, Hubo & Suna, Richemont, die Riverbed zum Beispiel einsetzen in Kontext, Konsolidierung und erhöhte IT-Performance. Gut, ein kurzer Überblick und dann gehen wir hinein, wie das Ganze überhaupt funktionieren kann. Das heißt, hier auf dem Slide sehen Sie effektiv das gesamte Portfolio von Riverbed und wie wir diese verschiedenen Aspekte, die vorher dargestellt wurden, effektiv im technologischen Ansatz angehen. Das eine ist oben rechts klassisch Data Center Operation. Das heißt, die Riverbed-Lösung ist erstmal Dual Ended im Bereich Optimierung. Ich brauche ein Backend, so quasi in meinem Rechenzentrum da, wo die Applikationen bereitgestellt werden. Und dann oben links geht es schon los mit einem klassischen Branch Office, wo ich also das Thema hatte, dass ich lokale File-Server, Exchange-Server, Sharepoint-Services auf einen zentralen Standort umlegen möchte und effektiv das ganze Thema über das Waren bereitstellen möchte. Also Steelhead Appliances, wie die Appliances sich nennen, im Bereich Branch Office, konnektiert mit dem Data Center. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Core oder Edge Device, sondern die Steelheads optimieren untereinander, egal ob ich zwischen Standorten Datenaustausch betreibe oder zwischen Standorten unter Zentrale. Ein Level unten links weiter, also in der zweiten Kategorie, genau das, was angesprochen wurde, Mobile Client. Also die Möglichkeit zu haben, die gleiche Funktionalität, die gleichen Möglichkeiten für Homeoffice-Arbeitsplätze, für Außendienstmitarbeiter, die über 3G oder Wireless häufig arbeiten oder Roaming-User, die viel international unterwegs sind. Wiederum im Backend die gleichen Devices im Data Center und jetzt die Flexibilität zu haben, dass ich sehr kleine Büros mit ein, zwei Arbeitsplätzen durchaus genauso beschleunigen kann mit den gleichen Parametern wie größere Außenstellen, diese Branch Offices zwischen 20 und 2000 User und die gleiche Funktion habe, ohne dass ich ein physikalisches Device rausstellen muss. Unten links dann das Thema, was sich hier in dem Rahmen sehr häufig immer wieder stellt, im Kontext Business Continuity, also DR-Recovery-Zeiten, wie fahre ich große Datenmengen, Terabytes an Informationen, auch incremental über Warnstrecken zwischen Kontinenten oder zwischen Rechenzentren. Und der gleiche Ansatz, wo ich im Office-Use Mitarbeitern die Dokumente aus Shares holen, aus einem SharePoint-Service zum Beispiel holen von Microsoft, die Möglichkeit hier dann Terabytes, also Gigabytes an Informationen, die zwischen zwei Symmetrik-Systemen, wenn ich jetzt SADFA als Beispiel nehme oder MirrorView stark optimieren, stark beschleunigen können und hier diese Abgleiche erst möglich machen und nicht Backup-Konzepte nur lokal, regional abbilde, sondern ganz klar sagen kann, ich kann diese Rechenzentren über den Globus hier gegeneinander spiegeln und habe eine zentrale Stelle, wo ich dann auch mein Archiv und meine Auslagerung der Daten realisiere. Und dann unten rechts aus Ihrem Gesichtsfeld das Thema Cloud, also das, was Sie von uns sehen und bereits nutzen können im Zusammenspiel mit der Amazon zusammen. Das heißt also Amazon Services gibt es ein Cloud-Riverbed-Portal. Das heißt, ich habe die Möglichkeit von Amazon beschleunigte Dienste zu beziehen, wenn ich im Backend, wenn ich in meiner IPSS- oder MPLS-Infrastruktur effektiv Steelhead- oder Riverbed-Infrastruktur-Komponenten drinnen habe und habe damit wieder diesen End-to-End-Reach, um diese extreme Beschleunigung, starke Bandbreitenreduktion, gleichzeitig das Traffic-Management über das Waren effektiv bereitstellen zu können. Also wir sind so quasi der Mittler zwischen dem klassischen Wirring, also der Konnektivität dieser Außenstellen und den Applikationen, die zentral bereitgestellt werden, um diese Dienste sehr viel flüssiger und ohne großen Impact auf meinen Waren, auf meine Bandbreitenutilisierung abbilden zu können. Das einfach mal als Übersicht. Der letzte Komponente, die da oben rechts noch steht, im Violett, Cascade. Cascade gibt Ihnen effektiv die Möglichkeit, diese Infrastruktur zu monitoren, genauer zu verstehen. Es ist hier nicht ein Netzwerk-Monitoring gemeint, sondern wirklich ein End-to-End-Monitoring meiner Services zwischen der Applikation im Rechenzentrum, kann ein Citrix-Server sein, der wiederum ein SAP abbildet und das SAP setzt auf einem Oracle SQL auf. Also wirklich das Backend bis hin zu meinem Client, zu meinem Arbeitsplatz, der Mitarbeiter im Büro Moskau oder im Büro Luzern, um zu verstehen, wann laufen Applikationen in gewisse Performance-Probleme hinein. Das Ganze ohne irgendwelche Parameter vorher zu definieren. Das heißt, den Ansatz, den wir hier gewählt haben, ist eine Behavioral Analytics. Das heißt also, das Tool, die Lösung lernt, dass an einem Montagmorgen der Load und die Services ganz anders in meinem Netzwerk drinnen sind, als an einem Donnerstagnachmittag oder an einem Freitagmorgen. Also erstmal das Lernende und gleichzeitig in der Lage zu sein, wirklich zu verstehen, End-to-End, wo habe ich Engpässe und ich erhalte eine Notification und habe aus der Information heraus die Möglichkeit, hier tiefer einzusteigen, um mir effektiv den Schwachpunkt, den Bottleneck, ist es der Applikations-Server, ist es einer der Router, ist es ein Thema im LAN, wo der Client drinnen sitzt, um es genauer zu verstehen, darüber informiert zu sein und dementsprechend schnell eingreifen zu können. Die Lösung sitzt, wie Sie sehen, nur im Data Center. Es ist nicht relevant, Probes in vielen Standorten draußen einzusetzen, sondern nur dort, wo die Applikationen bereitgestellt werden, sehen Sie physikalisch, also die Riverbed-Lösung von draußen holen wir uns von Ihren gegebenen Switching-Routern und anderen Devices einfach Flow-Informationen und mit denen sind wir in der Lage, dieses End-to-End-Visibilität abzubilden und dieses proaktive Alerting, wir nennen es Behavioral Analytics, also zu verstehen, wie ist das normale Benehmen meines Dienstes und Sie darüber zu informieren, die Applikation hat gerade ein Issue in Warschau oder hier habe ich einen Server in Shanghai, der an einem Samstagnachmittag von einem Client in Hongkong angegangen wird, was nicht zu meinem normalen Betrieb gehört und ich möchte darüber informiert werden und habe auch hier, wie sagt man, aus Security-Gesichtspunkten Möglichkeiten, meine Infrastruktur genauer zu verstehen und zu monitoren. Um dann, wie gesagt, auch in das Thema Optimierung einzusteigen und zu sagen, was bringt es mir für meinen Buenos Aires, was bringt es mir für meine Außenstelle in Lausanne unten eine Riverbed einzusetzen im klassischen Sinne Optimierung, weil ich mit dem Applikationsmix da draußen unterwegs bin und mit diesen Response-Zeiten bisher gerechnet habe. Das ist das größere Bild. Herr Lorenz gibt Ihnen jetzt die Bausteine, wie das überhaupt funktioniert und überhaupt möglich wird. Danke so weit. Naja, stimmt. Brauche ich doch nicht. Ich bin schon verkabelt. Danke, Gerard. Ich mache jetzt weiter und steige ein bisschen tiefer ein in der Technik und werde die drei Bereiche, die ich ja schon vorgestellt habe, erläutern, was machen wir denn im Bereich Understand, im Bereich Verstehen, im Bereich Optimierung und im Bereich Konsolidierung. Ich werde kurz mal die Lösung vorstellen und welche Produkte eigentlich dahinter stecken. Und sehr wichtig werde ich auch über Technologie sprechen, weil gestern haben wir ja noch einen Kunde an unserem Stand gehabt oder ein Herr, der sich für unsere Lösung interessiert hat und ich zu uns gekommen habe und habe gefragt, wie läuft eigentlich das Ganze? Es ist ziemlich unreal. Sie sprechen von Beschlägen von 20 Mal, 30, 50 Mal. Ja, das machen wir auch. Wir haben sehr, sehr viele Beispiele, aber wie läuft das Ganze, wenn wir das nur darstellen und wir haben auf unserer Webpage sehr, sehr viele Beispiele, die Leute verstehen nicht richtig, was steckt dahinter, welche Technologie werden hier angewendet, um solche Optimierungsgrade zu erreichen. Also das Thema Cascade und Visibilität, bevor man optimiert, muss man ein bisschen das Netzwerk verstehen, muss man das Wahn verstehen und dafür haben wir eigentlich ein Produkt, Cascade. Mit dem Produkt, mit dieser Lösung können wir letztendlich eine Visibilität, eine sogenannte Baseline herstellen und darstellen, wie eigentlich die verschiedenen Applikationen, die verschiedenen Anwendungen laufen. Hier zum Beispiel, Sie sehen oben ein SharePoint, ein Oracle Database, vielleicht noch ein Tweaky, das auch interessant ist für die Kommunikation, interne Kommunikation. Wie laufen diese Applikationen? Was sehr, sehr speziell zu dieser Applikation ist, dass man hier eine gute Übersicht hat, ohne eigentlich ein Netzwerk, beziehungsweise eine Applikationenanwender zu sein, eine gute Übersicht über, was ist eigentlich der Status von meiner Hauptapplikation, von meiner Business Critical Applikation im Unternehmen, mit einfacher Farbe, dass dieser Report oder diese Darstellung hier, die man über eine Webpage bekommen kann, kann eigentlich jeder verstehen. Leute, die im Networking-Bereich arbeiten, im Application-Bereich, aber auch Executives, die auch verstehen mussten, wie die Infrastruktur läuft. Über die Farben kann man dann ziemlich einfach dann, oder wenn eine Farbe, wenn ein Service eigentlich rot ist und nicht hundertprozentig lauffähig ist, kann man eigentlich ziemlich schnell herausfinden, wann das Problem eigentlich, wann hatten wir eigentlich ein Problem, in welchem Zeitraum und verstehen auch ein bisschen später, wenn man noch tiefer geht, was eigentlich die Probleme waren. Aber wo kommen eigentlich diese Daten und was machen wir hier? Was ist eigentlich speziell zu einem Produkt? Wir nehmen eigentlich Daten von Infrastruktur. Sie brauchen hier nicht zusätzliche Probes zu installieren. Wir nehmen eigentlich Daten, die von den Routern, von den Switches kommen, von unserem Steelers Appliance auch, wenn Sie die einsetzen, es ist keine Voraussetzung und kombinieren, korrelieren alle diese Daten mit Daten, die von einem Sensor, einem Cascade-Sensor, das im Datacenter installiert wird und alle diese Daten werden korreliert, um eigentlich besser zu verstehen, was ist eigentlich die Performance vom Netzwerk, was ist die Performance von den Applications. Und das ist eigentlich jetzt ganz, ganz speziell zu dem Produkt im Vergleich mit dem Produkt, das Sie vielleicht heute schon einsetzen. Dieses Produkt hat absolut alle Performance-Daten in einer Oberfläche. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht auf eine Network-Performance-Management-Applikation gehen, auf eine Application-Performance-Management. Sie haben alles vereint und Sie können ziemlich schnell herausfinden, wo liegt das Problem bei der Networking-Infrastruktur oder auf die Applikation und dass das auch die Probleme schneller lösen. Hier, Sie finden ziemlich schnell aus, wann Sie ein Problem, wann hatten Sie ein Problem und dann können Sie eigentlich tiefer gehen und sehen, welche Applikation hat ein Problem verursacht, zum Beispiel SIFS in dem Beispiel, in dem Beispiel war es File-Sharing, zu viel SIFS-Daten auf eine bestimmte Leitung. Sie finden ziemlich schnell eigentlich von welchem Server, zu welchem Server oder von welchem Server kamen die Pakete und welcher Benutzer eigentlich zuständig war und diese Über-Utilization eigentlich verursacht hat. Und so können Sie letztendlich die Probleme ein bisschen schneller lösen, wenn Sie in der Lage sind, zeitnah die Problematik an die richtige Mannschaft, an den richtigen Spezialisten weiterzugeben. Optimierung, da kommen wir her. In dem Bereich sind unsere ersten Produkte schon in 2003 auf den Markt gekommen und hier geht es einfach um Beschleunigung von Applikationen, um Bereitstellung von Applikationen an User und dies, egal wo die sind, in der Schweiz, vielleicht arbeite ich von zu Hause oder in Asien unterwegs, vielleicht in einer Geschäftsstelle in Südamerika, da können wir eigentlich alle Applikationen, sehr, sehr viele Applikationen beschleunigen. Aber warum ist es so wichtig hier? Wir probieren eigentlich zwei Probleme, die heute noch ziemlich gängig sind, auf der Wand zu lösen. Die zwei Probleme sind erstens Bandbreite-Problematik, dass man nicht überall auf dieser Welt, das ist nicht der Fall in Zürich oder in Bern oder in Genf, aber dass man nicht überall die Bandbreite, die man braucht, eigentlich bekommen kann zu niedrigen Preisen. Dieses Problem gibt es immer noch, wir haben immer noch Probleme, Kunden, die in China ein Werk aufmachen möchten und können vielleicht nur ein Mega, zwei Mega bekommen und dieses Problem gibt es auch noch eben in Europa, in den Ostländern, aber auch, ich wohne in Deutschland, in den Ost-Bundesländern gibt es immer noch Problematik mit Bandbreite. Zweites Problem, die sogenannte Geschwätzigkeit von der Applikation bzw. von dem Transportprotokoll. Die Geschwätzigkeit macht, dass es eigentlich zu große Versögerungen gibt, Delay, man spricht viel von Delay, Latenzeit und dieses Problem lösen wir auch eigentlich mit unserer Siletz-Appliance. Was machen wir denn? Wie lösen wir eigentlich diese zwei Probleme? Erstens machen wir etwas, das vielleicht schon bekannt ist, Sie kennen vielleicht schon die Deduplizierung eigentlich von der Storage-Welt, wir machen etwas ganz Ähnliches eigentlich auf dem Netzwerk. In der Storage-Welt nennen wir das Deduplizierung für Data on REST, wir machen eigentlich Deduplizierung für Data on Flow, Daten, die hier ausgetauscht werden zwischen User und Datacenter oder zwischen zwei Standorte. Das heißt, wir deduplizieren alle Daten, die eigentlich ausgetauscht werden und das heißt, wenn zum Beispiel ein Riverbed-Logo wie hier, oder sorry, ein XDS-Logo schon transportiert würde zwischen einem Standort und einem Datacenter, wird es nicht ein zweites Mal transportiert. Es wird schon einmal in ein Word-Dokument zum Beispiel transportiert und unsere Applikation, unsere Lösung, die Siletz-Welt erkennt, dass diese Logo, diese Byte-Sequenz schon transportiert würde und transportiert es nicht ein zweites Mal. Wir arbeiten mit einer Byte-Größe oder einer Segment-Größe von ungefähr 100 Bytes, das heißt wesentlich kleiner als eigentlich in der Storage-Welt, weil wir empfangen oder wir segmentieren die Pakete auf TCP-Ebene. Das heißt, wir schauen schnell Payload und schauen, was schon transportiert würde und nicht transportiert würde. Wenn ein Segment von 100 Bytes nicht transportiert würde, machen wir eine einfache Komprimierung, wie die schon ziemlich bekannt ist und üblich ist in dieser Welt, in der Wandwelt. Sonst optimieren wir auch TCP. Hier bauen wir eigentlich zusätzliche TCP-Verbindungen oder bereiten wir schon TCP-Verbindungen, bevor Daten ausgetauscht werden, dass wir schneller Daten von A nach B austauschen können und dass wir auch die Geschwätzigkeit auf TCP-Ebene schon reduzieren können. Auf Datenebene, ich stehe vielleicht nicht hier und ich habe es vergessen, auf Datenebene, die Reduzierung, die wir erreichen können, sind öfter von 60 bis 95 Prozent. Das ist ziemlich üblich, abhängig von der Redundanz in den Daten, die Sie hier transportieren möchten. Auf TCP können wir eigentlich auch 60 bis 80 Prozent hin- und zurück-Round-Triebsreduzierung erreichen. Und noch wichtiger ist eigentlich, was wir auf Applikationsebene machen. Das heißt, wir erkennen hier auf Applikationsebene Sachen wie SharePoint, Web, CIFS und können Maßnahmen treffen, um auch hier auf Ebene 7, noch wichtiger als auf Ebene 3, diese Geschwätzigkeit rauszunehmen und die Applikation einfach schneller zu gestalten. Ich möchte nur ein Beispiel nehmen für CIFS, File-Sharing. Wenn Sie SharePoint benutzen oder ein einfacher File-Sharing über Windows, werden Sie eigentlich, wenn ein User ein Dokument öffnet, wird eigentlich die Blöcke sequentiell gelesen. Die Word-Applikation, das PowerPoint wird die fünf ersten Blöcke lesen und dann, wenn die fünf ersten Blöcke angekommen sind, werden die fünf nächsten Blöcke gelesen. Was wir hier machen, wir erkennen, dass die fünf ersten Blöcke abgefragt werden und wir positionieren schon eigentlich das Content, die Information, nicht die Datei, aber die Information direkt in unsere Cache, in unsere Ziele als Appliance, dass die User schneller diese Daten von dem Cache bekommen können und nicht von dem Server. Die Kommunikation bleibt und diese Locking bleibt eigentlich zwischen User und Server, aber wir eigentlich cachen die Daten, dass sie lokal vorhanden sind und dass die Daten schon vor dem User, vor der Applikation, dass sie eigentlich ausgelesen werden. Direkt von dem lokalen Cache. Was können wir im Bereich Microsoft erreichen? Microsoft ist nicht das Einzige, wir können auch noch viele andere Applikationen eigentlich beschleunigen, wie SAP, Citrix, ICA, aber da wir einen sehr, sehr großen Fokus haben hier auf Microsoft, hier sind ein paar Beispiele auf Microsoft, je mehr Daten, desto besser ist diese Deplizierung, diese Reduzierung und die Beschleunigung. Das heißt mit CIFs, Exchange, SharePoint, da können wir sehr, sehr viel sagen, können wir eigentlich mal 30, 50, im Extremfall mal 100, eine Beschleunigung mal 100 erreichen. Aber wir können auch Sachen, die vor zwei, drei Jahren ziemlich schwierig eigentlich zu beschleunigen waren, heute auch sehr gut beschleunigen. Das ist das ganze Thema VDI mit RDP, RDP Version 7 oder mit eben RemoteFX, das neue VDI-Protokoll von Microsoft. Ein Beispiel, SharePoint. Warum nehme ich SharePoint? Weil es gibt sehr, sehr viele SharePoint-Projekte heute. SharePoint ist ein großes Thema heutzutage. SharePoint 2010, das ist ein Beispiel von einem Kunden, der hat eine 30-mal Beschleunigung, oder eine Beschleunigung für 30-mal. Sie sehen hier, auf dieser Darstellung haben Sie immer eine warm, eine cold Beschleunigung. Cold ist, wenn die Daten noch nicht im Cash sind. Ist klar, wenn die Daten schon im Cash sind, ist es wesentlich schneller. Beim ersten Transfer, wenn die Daten, überhaupt keine Daten von einer Datei im Cash sind, dauert es ein bisschen länger. Ab dem Moment, wo die Stiletta Plan installiert ist, zwei, drei Wochen, hat die eigentlich sehr, sehr viele Daten. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten schon im Cash sind, wesentlich größer. Und dann kann man eigentlich diese großen Faktoren erreichen. Aber schon bei dem ersten Transfer, wie Sie es hier im Gelb sehen, können Sie eigentlich sehr, sehr schön eine gute Beschleunigung haben. Ist klar, wir beschleunigen das normale SharePoint. Das SharePoint, wenn Sie sagen, Sie Ihr eigenes Datacenter installieren, aber wir können auch heute schon das BIPOS-SharePoint beschleunigen. Das heißt, die Online-Service von Microsoft, wenn Sie nicht selbst ein SharePoint aufbauen möchten, können Sie letztendlich auch direkt unsere Beschleunigung benutzen, um das Cloud, um ein Cloud-Service von Microsoft direkt zu beschleunigen. Das kommt auch eigentlich von einem Kunden direkt in der Schweiz, der SharePoint heute im Datacenter von Microsoft schon benutzt. Ja, und jetzt komme ich direkt zum dritten Bereich, direkt zum Bereich Konsolidierung. Was können wir hier machen? Wenn wir optimieren, sind die Applikationen schneller. Und dann ist es ziemlich klassisch, dass unsere Kunden, wenn die schon schneller Applikationen haben, sagen, oh, meine Applikation, meine ERP, meine SAP ist schneller. Aber warum könnte ich jetzt nicht meine File Server, meine Exchange Server zurückbringen? Und das ist öfters die erste Phase, die erste Konsolidierungsphase. Aber ich möchte kurz mal erläutern, wie es aussieht. Hier mit zwei, drei Use Cases. Wir haben noch sehr, sehr viele Kunden, die Backup-Systeme in den Außenstellen haben. Die haben File Server in den Außenstellen und machen Backup direkt auch lokal, weil die die möchten, die können nicht, die möchten nicht diese ganzen Daten zum Datacenter kopieren. Das ist sehr schwierig. Wenn es eine kleine Außenstellen ist, gibt es selten eigentlich Leute, die sich damit auskennen, mit den Systemen. Und dann werden die Backups nicht immer gemacht, nicht ordentlich gemacht. Und es heißt ein großes Problem hier, was Datensicherheit betrifft. Wie können wir das Problem so lösen? Mit unserer Stiletabliance ist es möglich. Wir machen schon sehr, sehr viel von der Kunang-Backup über das Netz. Da wir deduplizieren, können wir eigentlich diese ganze Redundanz rausnehmen. Und in den Backups gibt es sehr, sehr viel Redundanz. Öfters können wir hier Datenreduzierung von 80 bis 90 Prozent erreichen. Das heißt die Backup-Systeme zurückbringen und alles zentral über ein großes Backup-System abdecken. Zweitens noch besser ist alle File-Systeme zurückbringen und ein größeres File-System aufbauen, zentral. Heute ist es möglich mit unserer Lösung, da wir diese SIFS, NFS, SMB Version 1, SMB Version 2 beschleunigen können. Dann können Sie genauso gut auf entfernte File-Systeme zugreifen wie auf lokale. Und das ist sicherlich noch schöner als das Use-Case Nummer 1. Konsolidierung von File-Systemen, von Application-Server ist eine Sache. Aber es gibt inzwischen noch sehr, sehr viele andere Sachen zu konsolidieren in den Außenstellen, um diese Außenstelleninfrastruktur effizienter zu machen, um die schlanker zu machen. Dafür haben wir eigentlich eine Virtualisierungs-Layer direkt auf unsere SIFS Appliance. Und Sie können eigentlich Services, was wir eigentlich Edge-Services nennen, auch dort direkt virtualisieren, dass Sie nicht eine Reihe von fünf, zehn Servers in den Außenstellen verwalten müssen, administrieren müssen. Das heißt, Sie können hier ganz einfach Security-Dienste, ein Print-Service, ein Active Directory, das sind typische Dienste, die unsere Kunden immer noch in den Außenstellen haben möchten, direkt auf diese SIFS Appliance laufen lassen. Und diese SIFS Appliance dient als, was man öfters nennt, Branch-Office as a Box. Alle Dienste für die Branch-Office konsolidiert auf eine Stück Hardware. Replication ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben es schon, oder Gerard hat schon erwähnt, Replication. Von den Daten von einem Data Center zum anderen. Wir haben schon Kunden, die heute ihre Data Center haben und große Replikation über SRDFA beschleunigen oder über alle Backup-Produkte wie ein TSM. Alle diese Backup-Produkte, Backup und Replication benutzen eigentlich TCP-Flows. Und die können wir eigentlich sehr gut beschleunigen. Aber wir haben jetzt eine neue Lösung Ende 2010 vorgestellt. Diese Lösung heißt Whitewater. Und über Whitewater können Sie eigentlich, statt eine Replikation von Backup zu Backup zu machen, auch ein Backup und eine Archivierung direkt in der Cloud machen. Das heißt, direkt die Dienste von einem Service Provider hier benutzen, ein Service in der Cloud, ein Storage Service in der Cloud abschließen und über unsere Whitewater schneller, effizienter, alle Daten direkt in der Cloud schreiben, um einfach hier Ersparnis zu erreichen. Um bestimmte Daten, die Sie nicht in ein zweites Data Center, die Sie selbst managen, speichern möchten, Backupen möchten, direkt in der Cloud, weil die Cloud wesentlich günstiger ist als Ihre eigene Infrastruktur. Was macht eigentlich die Re-Welt Whitewater? Es ist eine Art Gateway to the Cloud. Das heißt, es setzt die verschiedenen Streams um, die SIFS-NFS in die SOAP-REST-Stream. Das sind die Streams, die Protokolle, die eigentlich üblich sind für den Cloud. Es setzt diese Stream um. Er verschlüsselt alle Daten, die zu den Cloud gehen. Sehr wichtig. Er verschlüsselt die Daten mit SSL und IES 256. Und so ist und dedupliziert, entschuldigung, sehr wichtig, und dedupliziert die Daten, dass nur einmal eigentlich jedes einzelne Segment von 100 Bytes dort gespeichert wird. Und so sparen Sie auch eigentlich an dem Service dort direkt bei dem Cloud-Provider. Ja, als Schlusswort. Ich sehe, dass wir noch acht Minuten, zehn Minuten haben. Sehr gut. Dann werden wir eigentlich Zeit haben für Fragen und Antworten. Riverbed bietet hier eine IT-Plattform, um eigentlich unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Anwendungen zu beschleunigen, um einfach diese Anwendungen, die über das Cloud und der Bahn laufen müssen, schneller zu machen und die Projekte einfach erfolgreich zu gestalten. Gibt es Fragen jetzt? Ja. Girard, möchtest du nach vorne hier kommen? Ja, genau. Frage, wie handhaben Sie Video und Voice? Sehr gute Frage, danke. Wir haben nicht so viel über Video und Voice gesprochen. Ja, ich möchte die zwei eigentlich separat handeln. Voice, für Voice gibt es letztendlich sehr, sehr gute Codex. Ja, die J-Codex, J711, J723 und so weiter, die eigentlich Voice schon sehr gut komprimieren. Und Voice läuft über UDP. Wir kümmern uns hauptsächlich um TCP-Traffic und nicht UDP-Traffic. Das heißt, wir schaffen eigentlich Platz für Voice, dass Sie letztendlich mehr Voice-Traffic hier transportieren können, zwischen Standort A, Standort B oder A, B, C. Ja, das kann mehr als 200er sein. Was wir noch machen können? Wir können eigentlich QS machen. Das heißt, diese Voice-Traffic priorisieren, wenn die über unsere Appliance gehen. Aber wir beschleunigen Voice nicht, weil es gibt eigentlich nicht so viel Beschleunigung durchzuführen. Und die Delipizierung würde sowieso sehr, sehr schwierig sein auf Voice, weil die Sprache wird immer anders eigentlich digitalisiert. Ja, das ist Voice. Was Video betrifft, sieht es so aus, dass wir Video, ja, es gibt unterschiedliche Arten von Video, aber hier arbeiten wir mit Partnern wie einer Polycom, um auch Video effizienter in den Branch zu transportieren, in den Außenstellen zu transportieren. Das heißt, wir arbeiten mit Polycom hier, um zum Beispiel für Streaming-Services, um Streaming, um einen Stream nur einmal bis zu Branch zu transportieren und dort an den Viewer über einen speziellen Agent, der auf unsere Siliate Appliance laufen kann, auch zu versplitten. Ein Splitt dort lokal zu machen auf die fischende Viewer. Dass es nicht vier, fünf bis zu zehn oder noch mehr Streams gibt, die vom Datacenter bis zu den Branch gehen. Das heißt, hier können wir auch etwas machen und wir reduzieren, das Message ist, wir reduzieren immer alle anderen Applikationen, alle anderen Daten, dass sie letztendlich mehr Bandbreite haben für Video oder für Voice-Calls. Ja, meine Frage ist, wenn Sie die Cloud heraus senden, was ist dann auf der anderen Seite? Wie geht der Cloud Provider mit Ihrer Komprimierung um? Okay, es ist immer eine symmetrische Lösung, eine Dual-Ending-Lösung, wie der Herr Bauer es erläutert hat. Das heißt, Sie brauchen immer eigentlich ein Stilet direkt in der Cloud beim Provider nahe zu der Anwendung oder zum Server und noch ein Stilet in den Außenstellen oder auf dem PC, um diese Optimierung durchzuführen. Das heißt, es ist eine symmetrische Lösung und Sie brauchen hier eigentlich eine virtuelle Stilet in der Cloud, um letztendlich diese Flow abzufangen, Deduplizierung dort zu machen mit einer Gegenseite, die eigentlich nahe zu dem User ist. Habe ich die Frage beantwortet? Christian, lassen Sie mich noch kurz dazufügen. Ich beantworte es in einem anderen Kontext. Richtig, wir sind transparent. Das heißt, zwischen Client und Applikationsserver wird erstmal den Riverbed nicht gespürt. Jedoch setzt die Optimierung erst dann ein, wenn die Stilet oder der TCP-Request auf der anderen Seite einen Peering-Partner gefunden hat. Das heißt, ich kann in meinem IPSS-Swisscom-Netz oder meinen MPLS, der BT, wie auch immer, schon Riverbed einsetzen, habe aber Google Apps jetzt als Beispiel. In Google Apps gibt es heute noch nicht einen Riverbed-Cloud-Steel-Head. Das heißt, hier würde ich in meinem Intra-Private-Cloud schön optimieren, hin zu Richtung Google habe ich nicht die Möglichkeiten. Umgekehrt, wenn ich BIPOS-D nehme von Microsoft, wenn ich mir Amazon nehme, haben wir Möglichkeiten und sind wir bereits in den Clouds von Microsoft wie auch von Amazon integriert. Das heißt, da kommt noch mehr von uns heute die Antwort so zu beantworten, kein Problem. Sie haben im Innenverhältnis die Optimierung in den Cloud-Providers, sofern er keinen Riverbed hat, gibt es kein Backend und damit keine Optimierung. Weitere Fragen noch an die zwei Herren? Ja. Danke. Meine Frage ist, wie positionieren Sie Ihre Produkte zu den Citrix-Produkten NetScaler und Branch Repeater? Danke für die Frage, die habe ich auch gestern gehabt an unserem Stand, die kommt immer wieder. NetScaler ist eigentlich die Optimierung direkt im Data Center. Und das ist, ich würde sagen, ergänzend zu unserem Produkt. NetScaler ist ein bisschen, was die AF5 auch macht, direkt mit ihrer Big IP im Data Center, hat mit unserem Produkt eigentlich wenig zu tun, diese Optimierung direkt im Data Center. Wir optimieren den Rest, das ist eine Ergänzung. Und das ist, was Citrix mit Branch Repeater macht, ist ähnlich zu, was wir machen, außer dass wir eine wesentlich breite Produktpalette haben. Wir probieren eigentlich absolut alles abzudecken, was ein Großkunde braucht. Alle Bereiche abzudecken, von den Außenstellen zum mobilen User bis zum Cloud. Unabhängig davon, was Sie hier eigentlich optimieren möchten. Ob es eine Backup, ob es eine Replikation ist zwischen zwei Data Center, ob es ein SAP zwischen User und einem SAP Server oder eine Applikation direkt bei Amazon. Das können wir alles abdecken. Das heisst, unsere Lösung ist wesentlich breiter als eine Lösung von Citrix in dem Bereich. Andere Fragen? Gut, dann würde ich sagen, danke vielmals, Herr Bauer, Herr Lorenz, für diesen interessanten Vortrag. Er hat sehr viele Neuigkeiten gebracht, viele Fragezeichen beantwortet. Vielleicht gibt es aber neue Fragezeichen. Sie finden Riverbate da aussen an dem Stand, K1. Genau. Ich habe gesehen, ihr verlost noch einen iPod Shuffle. Muss man erwähnen. Hätte ich fast vergessen. Kann was mit Heimnehmen sein. Also auch hier nochmals von meiner Seite danke für Ihre Aufmerksamkeit und einen wunderschönen restlichen Tag noch. Vielen Dank. Vielen Dank.